Das ist eine sehr kleine Familie, weil ich kaufte 1978 die letzte Stute aus diesem Stutenstamm, 1120. Alle Pferde, die gut im Sport sind, darüber freut man sich natürlich. Das ist natürlich ein sehr gutes Gefühl, wenn ein von einem gezüchteten Pferd international so gut ist und speziell bis an die Weltrankenlistenspitze kommt. Die Zucht ist erstmal auch viel Bauchgefühl. Ich versuche auch immer wieder gute Junghengste in meiner Zucht einzusetzen. Das ist zwar mit mehr Risiko verbunden, weil die Vermarktung schwerer ist, weil die nicht so bekannt sind, aber trotzdem versuche ich das immer wieder. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020